1, 2, 3... Was wir in dieser Berufung machen, ist es, die Schmack des Schmacks zu beschützen und die Schmack zu helfen. Dafür muss man zuerst den Haufen ausschneiden und dann das Eis aufrichten, damit es schön passt, genau passt. Viele denken, nur hinter einem Amboss, immer knutschen. Aber nein, das ist es nicht. Es ist viel mehr dahinter. Ich habe ein paar Haufen gepflegt bei Alnequide, also die Pferde eigentlich besser. Die haben alle gefragt, was? Was gibt es noch? Sie sind wirklich alles völlig perplex. Aber dann sage ich denen, ja, schaut hier, alle die Rassen, seht ihr die? Was meint ihr, wer beschlägt die alle? Was ist gut in dieser Berufung, ist der Kontakt mit den Tiere und den Menschen. Man muss nicht die ganze Zeit im Büro sitzen und Dinge hinter dem Weltschirm sitzen, das passt mir überhaupt nicht. Und ja, immer ein bisschen frischen Luft zu sehen und es lustig zu haben mit den Kunden. Also, für eine erste Profession, müssen wir hier arbeiten. Man muss mit den Rassen umgehen, man muss mit den Kunden umgehen. Man muss ein handwerkliches Geschick, dass man die Werkzeuge und die Maschine auch bedienen kann, ohne dass es gefährlich wird. Ja, warum ist es einfach für die Physik? Ja. Muskeln braucht es natürlich auch, aber ich zum Beispiel bin ohne nichts gekommen, ich bin ja wirklich nicht so der breiteste. Es geht auch so. Man muss nicht gerade ein grosses Tier sein, es geht auch, wenn man etwas schneller gebaut ist. Für die Leute, die gerne mit den Rassen arbeiten und gerne noch Handwerken dabei sind, ist das sicher ein cooler Job. Ich bin ja auch.